Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und wie ihr seht, wir wollen Kena durchsprechen. Ich habe Kena im Stream durchgespielt, innerhalb von, ich glaube um die vier Tage waren es, oder drei Tage, ich hatte auch dann jeden Tag mal oder zwei mittags gestreamt. Die Rotz sind echt süß, so heißen die kleinen Knuddelviecher. Und ich möchte euch jetzt seit Kena nochmal in einer schönen Grafik mit 4K 60fps zeigen und die kleinen Rot, da sind die kleinen Rot, meine Freunde, mit denen kann man einiges machen. Ich habe auch den goldenen, der ist hier irgendwo versteckt, nicht ein goldener. Also eigentlich müsste sich hier irgendwo ein goldener verstecken. Ich habe einen goldenen auch, weil durch den silbernen Stab hier sieht man ja. Und hier können wir dann jetzt eine Schnellreise machen, bei diesen Tauern und ich gehe mal ins Dörflein. Ich bin gerade dabei hier alles nochmal ein bisschen zu durchsuchen, dass ich alle Rott kriege. Ja, die Langkarte ist ziemlich groß, ich spoiler euch gerade auch ein bisschen damit. Die Grafik ist wunderschön, die Rott sind wunderschön. Im normalen Schwierigkeitsgrad kann man es gut spielen, aber es kommen ja noch Schwierigkeitsgrade dazu, wenn man denn durchgespielt hat und so. Und glaubt mir Leute, die haben es wirklich in sich. Da kriegst du denn nur Energie, um die Rott zu benutzen, wenn du ihr kontert hast oder was weiß ich. So, dann haben wir hier so einen Wagen. Und hier sind meine Rott. Ach, da ist der goldene, das seht ihr denn da unten. Und die kann man jetzt hier, hier kann man dann das aus dem DLC aktivieren, den Stab mit Viereck. Ja, von den goldenen. Und hier sind dann die ganzen Hüte, die ich habe. Und hier kann man die Hüte kaufen. Für, ja, unterschiedlich Geld, 10, 25, 50, 100, 500 und 1000. Und immer da, wo eine Nummer ist, die habe ich schon gekauft. Also ich müsste eigentlich alle haben. Die anderen muss ich mich noch sammeln, aber von denen, die man alle haben kann. Manche sind ausverkauft, seht ihr ja. Die kann man nur einmal haben. Aber hier zum Beispiel die hier, die könnte man nochmal oder Fuchs, Katze, mit dem Frosch, Hirsch, Engel. Ich finde ja auch die mit dem Cowboy-Hüt, Jens Jüt. Ei, Schleife und Marienchenkäfer und hier oben waren noch Pilze. So, und dann gehen wir hier rüber. Und da seht ihr, jetzt haben sie alle Hüte auf. Und ihr seht halt auch, wer Wasser hat. Die kann man auch sagen, dass man, hier zum Beispiel, nicht ausrüsten, ausrüsten. Oder hier, wenn man dann halt verschiedene Hüte hat, zum Beispiel hier von den Heiligenscheinen, kann man hier ein paar wegnehmen. Und könnte dann wieder ein paar Hüte draus sitzen, die man so hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück brauchen wir noch. Dann nehme ich noch ein paar Pilze. Zwei, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal mal hingehen. Jetzt müssten alle Hüte aufhaben. Und dann haben sie noch ein paar Hüte auf Reserve. Und dann, die werden dann auch so gestapelt, seht ihr ja auch. So. Wir können mit dem Stab, können wir halt so nochmal schlagen. Oder, zack. Also das ist ein kräftiger Schlag. Der ist ziemlich langsam, seht ihr ja. Also bei schnelleren Gegnern ist das halt eher schlecht. Dann macht er lieber R1 mit dem schnellen Schlag. Hier, wir können da dann Schutzschild machen, spielt da dann. Oder halt. So, dann werden dann halt so eine Laternen aktiviert. Also hier war doch irgendwo immer. Also im ganzen Spiel sind hier irgendwo Laternen und dort ist die Kerle versteckt. Und Truhen. Da unten. Manche Truhen sind verfluchte Truhen. Da kommen dann Feinde. Manche sind normale Truhen. Aber ich habe jetzt hier Kink. Was war denn hier? Damit können die Worte interagieren. Dann kann man dann halt. Dann können sie halt so schlagen. Was will ich alles machen, um verfluchte Pflanzen wegzumachen? Oder begegnen? Ähm, ich gucke mal. Wenn man so etwas mal braucht. Ach, hier kann ich... Open it up. Ja, ich werde einen Rot vergessen. Und einsammeln. Hey, Robin. Seht ihr? So kannst du die hin. Habe ich so, ja, im Dorf. Hier, die kann man aktivieren. Das sind so eine Schreine. Die muss man dann mit dem, äh, mit dem Rotspieg, habe ich Ihnen gezeigt habe, mit der Blase, muss man die, da sind Pflanzen drumherum, muss man die befreien. Beziehungsweise, er drückt ja zwei und dann befreit er die automatisch und geht dann halt darin und aktiviert das. Und dann kann man ran und drei drücken und dann kriegt man halt diese blauen Energiekristalle, um halt die Hüte für die Rot zu kaufen. Das habe ich am Anfang voll verpeilt. Das sind die Schnellspeicher, äh, Schnelllade, äh, Schnellreise-Dinger. Ja, und dann habt ihr noch versuchte Briefkästen, da müsst ihr dann Sachen finden und so. Hier ist jetzt, im Dorf geht ja dann hier natürlich noch weiter. Da vorne ist nur, ach, da kann ich euch zeigen. Hier habe ich Ihnen zum Beispiel nicht aktiviert. Seht ihr, der leuchtet zu blau. Also, dann geht er ran. Drückt rei und dann zack, bumm. Sammelt da sowas ein. Das ist auch hier so eine Blüte. Ja, und hier ist halt noch verfluchte Briefkästen und so. Aber hier zum Beispiel, hier zieht ihr so diesen Anhänger, wartet mal, den da. Da sind dann auch Kristalle drin oder in irgendwelchen Anhängern. Und hier ist es dann halt verfluchter Briefkästen. Da müssen wir erst mal verfluchten die Post davon finden. Und dann können wir das aktivieren und dann könnten wir hier reingehen und das nächste Gebiet befreien. Also, ich würde gerne noch 100% machen wollen. Also, wenigstens die Landkarte und so. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Story ist sehr schön, macht richtig Spaß. Also, mir persönlich. Hier habe ich so ja noch was nicht gemacht. Oh, da komme ich nicht hin. Da muss ich da rüber. Und hier ist halt der, da kann man später durch, die kann man öffnen. Vorne Trauptor. Also, ist wirklich, die Story ist so süß gemacht. Das ist eine wunderschöne Story. Leider, wirklich leider, ist die auch wieder in Englisch. Wir haben nur deutschen Untertitel. Was ich sehr schade finde. Aber wir gehen mal wieder zurück. Das ist praktisch hier oben und dann müssen wir hier lang. Dann kommen wir da oben zu diesem Gebäude und können die Brücke freischalten. Ich zeige euch das noch mal so weit. Und könnt dann noch ein bisschen die schöne Grafik genießen. Ich hatte einmal einen Absturz, aber sonst überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. Seit dem Update sind jetzt auch schon vier oder fünf Updates gekommen. Ich hatte, aber ich habe jetzt nichts Negatives festgestellt. Also wir hatten im Stream, hatten da sehr viel Spaß an der Story. Und vor allen Dingen an den Worts. Also die Worts sind ja wirklich mega knuffig. Kann man ja noch nicht anders sagen. Und da müssen wir hin. Das war nämlich ein verfluchtes Gebiet. Jetzt ist es kein verfluchtes Gebiet mehr. Ich habe es befreit. Und dann findet man dann halt immer überall Sachen. Vielleicht habe ich hier noch etwas vergessen. Ich will dann zum Beispiel einen Bogen. Wie kann man es ranziehen? Wenn man kriegt einen Laufe, ich will nicht zu viel verraten, wann man Waffen kriegt. Das war zu steil, da bin ich jetzt tot. Aber hier so eine Laterne zum Beispiel. Nein, die war nicht. Ich habe hier noch andere kleinere Laternen. Die haben dann... Die blauen Kristalle. Hier zum Beispiel. Wenn ihr dann so ein Rot-Symbol seht, dann könnt ihr die mit Fähigkeiten einschicken. In so einen Dingern sind auch einige Sachen drin. Hier habe ich die Brücke runtergelassen. Achso, das ist ja die, wo wir gekommen sind. Ja. Hier ist halt viel mit Portalen gewesen. In der Welt. Also in dieser verfluchten Welt. Also manche Rätsel haben es echt in sich, wo man dann welchen Stein zuerst machen muss. Damit man weiterkommt. Und von mir, also Kina, eine deutliche, ganz klare Kaufempfehlung. Hier hat der Weg jetzt natürlich so ein paar Tage gereist. Und von mir, also Kina, eine deutliche, ganz klare Kina, 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 ganz klare Kina. Hier haben wir die Grafik sehen. Sieht wirklich halt sehr, sehr schön aus. Wollen wir mal ein bisschen in den Schatten stellen. Das Gameplay habe ich auch schon bei YouTube hochgeladen. Das muss halt noch verarbeitet werden. Das braucht halt, wenn es von Twitch kommt, immer eine ganze Weile. Das wird dann auch ziemlich zeitnah online gehen. Entweder ist es schon online oder kommt. Das ist hier genau das gleiche. Wir haben hier jetzt schon eine neue Attacke. Die Das war's. Ihr seht manche Sachen sind ein bisschen knapper, hier haben wir auch noch was, also die Zeit war jetzt schon fast rum und hier war dann halt so ein Endkampf, hier sind auch noch so Blüten, da könnt ihr, wenn ihr keine Energie habt, könnt ihr die Rot dahin schicken, die holen dann Energie. Ich hab halt einige Sachen halt noch nicht gemacht, ach guckt an. Das ist hier zum Beispiel eine Geisterpost, hatte ich die nicht schon gesehen, aber eigentlich kann man sich die nichts mehr machen. Das kann sein, weil das jetzt eine Entscheidung war, eine entscheidende Wendung war, dass ich deswegen Geisterpost habe, aber ich habe hier nicht mehr Freischalten gekriegt und normalerweise sind dann so Stäbe mit dem blauen Punkt drin, da sieht man dann, dass man Geisterpost hat. Und da geht es dann halt weiter. Aber hier war halt schon ein entscheidender Kampf. Ich zeige es euch mal trotzdem, wie es weiter geht. Manchmal kommt die Energie nicht so weiter, kann man auch mit dem Speer machen. Hier können wir jetzt runterfallen, dann kommen wir wieder zum Anfang hin. Wollen wir nicht, wir wollen ja nicht weitermachen. Ich weiß auch noch nicht, ob Updates kommen sollen. Also ich bin bei China, ich war so froh, wo ich es angefangen habe. Das ist wirklich ein tolles Spiel, aber ich war auch so traurig, wo ich fertig war. Hier war auch nochmal ein Rätsel, genau, weil hier vorne konnte ich meditieren. Das gibt Energie, weil ich das so gerne weiter gespielt hätte. Also ich fand die Story okay. Man kann es kurz knackig durchspielen, das ist für viele okay. Für mich war das in dem Augenblick auch okay. Man muss nicht immer alles unendlich ausdehnen, aber im anderen Effekt war ich aber auch traurig, dass ich durch war, weil das Spiel dann halt fertig war. Und ich hätte gerne noch ein bisschen gespielt, aber die Story, so wie sie ist, finde ich ganz okay. dass er halt nicht so ausgedehnt ist. Aber hier kommen wir halt nicht weiter. Hier würden wir dann nur in den Abgrund stürzen. Da so nichts versteckt oder irgendwas. Das habe ich schon getestet. Lass mal so mal meditieren. Und so sieht die Welt eigentlich aus. So düster. Und ich habe sehr befreit von der Düsterniswand. Und jetzt ist er halt klar und rein. Und das gibt dann halt blaue Energie, also den Lebensbalken. Das sind halt die ganzen Updates, die man kriegen kann. Das sind halt Masken für die drei verschiedenen Gebiete, die es im Spiel gibt. Es gibt halt nur drei Gebiete. Hier habe ich Erinnerungen, drei von drei. Ich habe nur eine von drei Erinnerungen. Die muss ich nur sammeln. Und hier habe ich drei von vier Erinnerungen. Das sind alles so Sammelsachen. Für die Platinjäger unter euch. Das dauert dann immer, bis das aufgetaucht. Also ich habe beim ersten Durchspielen jetzt hier 61 Prozent an Trophäen. Logischerweise fehlt Platin. So und dann halt hier Sammelaufgaben halt. Und mit den kritischen Treffern in drei Sekunden noch aber halt Gold. Ein Spiel im Schwierigkeitsgraden Meister gewonnen. Das ist heftig. Wir haben nämlich, wenn wir dann ein neues Spiel anfangen. Wir haben hier Story, Geisterführer, Experten und hier Meister. Meister wird erst zum Schluss freigeschalten. Also ihr könnt auch nicht sagen, ach wir machen einfach das Schmerz. Dann haben wir alles. Nein. Ihr müsst einmal durchspielen, um Meister freizuschalten. Und soweit ihr gelesen habt, sollen es auch noch mehr Herausforderungen kommen. Und noch mehr Schwierigkeitsgrade. Mut geht verloren, wenn du Schaden nimmst. Feinde sind noch aggressiver. Die sind schon teilweise sehr aggressiv. Und verursachen noch mehr Schaden. Der Schwierigkeitsgrad kann nicht gesenkt werden. Das ist heftig. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch nur einen kurzen Einblick mit 4K HDR in Kena geben. Ich habe jetzt leider keine Schlachtdick machen kann, weil ich schon durch bin. Und habe nicht, dass ich noch keinen Geisterschlüssel oder so. Dass ich ein anderes Debüt kann, wo noch mal Geister sind oder so. Also die Bösen, die Rot sind ja die Guten. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen. Däumchen wäre ein Träumchen. Wie sagt ihr, Gameplaymaterial zu Kena wird noch kommen. Also entweder ist es jetzt schon da oder fängt gerade an oder es ist schon, es kommt in den nächsten Tagen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange YouTube jetzt das Video braucht zum Verarbeiten und die von Twitch. Aber ich gebe mir Mühe, dass es so schnell wie möglich passiert. Ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Aufregend. Sagt euer Odin. 4L Vial. 5L